Ja, grüße euch Paraguay Live. Wie immer, ich bin dir bitte und herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Wir sind wieder auf der Lieblingsbaustelle und zeige euch, wie wir mit den Arbeiten vorankommen, beziehungsweise auch die Arbeiter. So, das wurde jetzt oder wird gerade von außen verputzt. Da kann man auch die Dachflächen sehen. Hier von außen wird das kleine Bad, es wird das Haus von außen gestrichen und unten wird mit Natursteinen verkleidet. So wird es gearbeitet, schöne Musik. Und eine lockere Atmosphäre. So soll das auch sein. So wird es einfach mal. So wird es gearbeitet, so einfach. Ohne grüße Aufwand. Und gleich wird Ich werde euch das Radio zeigen. So, da wird auch noch eine Wand verputzt. So, dann wird es gestrichen. Jetzt ist es, bitte. Ich bin gravierter. Oh. Jetzt ist es vorbei. Bitte, wie wir sind. Ja, mit Tererere trinken, Tererere trinken. So, kleine Pause. So, es funktioniert hier. Mit dem schönen Wetter dahinter. Mit einem schönen Ausblick. Und hier, wie man sieht. So, hier, wie gesagt, noch mal die Straße oder die Straßenseite. Und hier, wie erwähnt, schon der Drei-Phasen-Strom-Anschluss. So, das war's schon mal. Und wir können in Ruhe gehen, weil es schon zu heiß sein wird. Tja, also gestern hatten wir über 40 Grad, also das war schon extrem heiß. Und heute bin ich extra früh, morgen früh, hatte ich noch Termine, bin ich da rausgekommen und wollte halt noch mal kurz die Baustelle aufnehmen. Und das war das Wichtigste. So, also jetzt wieder zu Hause für eine kurze Zusammenfassung. Man kann ja auch der gesankte Vögel sicherlich erkennen. Und hinten haben wir auch Höhner. Also richtig Paraguay live. So, jetzt mal zurück zum Thema. Also wie gesagt, massiv Bauweise, massiv Haus bauen. Das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung. Auf jeden Fall. Also kein Fertighaus, kein Holzhaus oder sowas ähnliches. Einfach massiv bauen, da habt ihr mehr Freude davon. Ja, das ist das A und O. Falls ihr Fragen diesbezüglich habt, selbstverständlich immer bitte unten, ja, in der Beschreibung beziehungsweise in den Fragen, die Fragen stellen, in den Kommentaren. Da werde ich sicherlich jede Frage auch persönlich beantworten. Und wie gesagt, ihr ruft mich immer an, immer per E-Mail, auch bitte unten die Kommentare nutzen. Da haben ja mehrere Leute etwas davon. So, nochmal zu der kurzen Zusammenfassung. So, also nochmal kurze Zusammenfassung. Und wie gesagt, also es ist wichtig, Haus bauen, das hängt immer von euch ab. Also auf jeden Fall, als Baucher ein Grundstück kaufen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall jedem, nicht nur uns, das Hausbau, beziehungsweise mit dem Hausbau, eure eigene Firma oder vielleicht andere Firmen oder auch uns mit dem Hausbau beauftragen. Aber, wie gesagt, die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Man kann ja auch gerne selber bauen. Gar kein Problem. Ich rate immer, man sollte nicht am verkehrten Ende sparen und einfach das Haus schlüsselfertig in Auftrag geben. Klar, das sind andere Kosten. Aber auch, ihr habt auf jeden Fall die Ruhe. Also das ist ja unsere Empfehlung. Und wie gesagt, falls Fragen vorhanden, immer bitte unten in den Kommentaren. Und wir freuen uns, ich persönlich auch. Man hat durch die langjährige Erfahrung in Paraguay natürlich auch Pluspunkte. Aber man sieht vielleicht auch nicht genau die deutsche oder, sagen wir mal jetzt, die europäische Sichtweise. Und das ist ja auch wichtig für mich. Also, likes nach oben auf jeden Fall. Kanal abonnieren. Bitte nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Und, genau, danke an die Vögel. Und wie gesagt, immer die Kommentare, die Fragen stellen werde ich persönlich beantworten. Ihr könnt natürlich auch die Business-WhatsApp-Nummer nutzen. Also sämtliche Informationen inklusive E-Mail habe ich ja auch unten in der Beschreibung, also in der Videobeschreibung. Einfach aufmachen und da habt ihr die zusätzlichen Informationen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Teilt das Video auf jeden Fall auf Facebook, Instagram, Twitter und andere sozialen Medien. Sicherlich gibt es Freunde, Bekannte und andere Menschen, die gerne das, was wir hier euch vorstellen, wissen möchten. Und dafür denke ich mir, sind diese Videos, diese kurzen Videos, auf jeden Fall ganz gut. Also, auf jeden Fall war ich empfehlen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund auf jeden Fall. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.